Gestern, da haben wir was über den Frieden Gottes gelesen. Heute in der Lektion 189 geht es weiter mit der Liebe Gottes und dem Leitgedanken. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Also wir sind stark erinnert an den gestrigen Leitgedanken. Und auch wenn wir anfangen in der Erläuterung zu lesen, glaube ich, erinnert uns das stark an etwas. Es gibt ein Licht in dir, lesen wir hier, das von der Welt nicht wahrgenommen werden kann. Nichts Neues. Dass es ein Licht in uns gibt, das nicht sterben kann, daran erinnere ich mich, dass wir das bereits gelesen haben. Und dass dieses Licht unsere Heiligkeit widerspiegelt und wir dadurch, dass wir diese Heiligkeit in die Welt tragen, die Welt durch uns gesegnet ist. Das haben wir bereits gelesen. Und dass die Welt der körperlichen Wahrnehmungsebene dieses Licht nicht sehen kann, ist uns auch bereits klar. Auch das haben wir schon mal gelesen. Und mit ihren Augen wirst du dieses Licht nicht sehen. Also mit den Augen der Ego-Welt kannst du das Licht, was in dir ist, nicht im Außen, in dir nicht wahrnehmen. Wissen wir auch bereits. Denn du wirst durch die Welt geblendet. Durch die Welt geblendet heißt, das Ego lenkt uns ab mit all den Illusionen, damit wir die Wahrheit dahinter nicht sehen. So blendet uns die Welt. Und dennoch hast du Augen, es zu sehen. Es ist da, damit du darauf schauen kannst. Ja, mit der Schau Christi können wir sehen, wie dieses Licht uns wiedergespiegelt werden kann. Es wurde nicht in dich gelegt, um vor deiner Sicht versteckt gehalten zu werden. Ja, diese kindischen Spielchen, da spielt nur das Ego. Gott gibt uns klare Hinweise, wie wir wieder mit ihm verbunden auf diese Welt blicken können, um uns zu erlösen und die Welt zu erlösen. Es wurde nicht in uns gelegt, damit wir es nicht haben können. Nur das Ego spielt so grausame Spiele mit uns. Nicht Gott. Gott gibt uns alles bereitwillig, damit wir es haben und damit wir glücklich sind. Dieses Licht ist eine Widerspiegelung des Gedankens, den wir jetzt üben. Wir üben den Gedanken der Liebe Gottes. Wir wollen die Liebe Gottes in uns fühlen. Und das Licht spiegelt diese Liebe Gottes wieder. Ich habe auch das Gefühl, der Aufbau dieser Lektion erinnert stark an die gestrige Lektion. Da haben wir auch erstmal begonnen, damit über das Licht in uns zu lesen. Und dann lernen wir, wie die Liebe Gottes und das Licht zusammenhängen. Beziehungsweise gestern haben wir gelernt, wie der Frieden Gottes und das Licht zusammenhängen. Bei diesem Satz muss ich irgendwie an Eckart Tolle denken, der ja diesen Erwachungsmoment hatte, wo er wirklich, als er dann aus seinem Ego hinaus katapultiert worden ist, in eine höhere Wahrnehmungsebene, genau so eine Welt beschrieben hat. Und wenn du die Welt so siehst, wie Eckart Tolle sie beschreibt und wie ein Kurs im Wundern sie beschreibt, diese vergebene Sicht auf diese Welt, hat Angst keinen Platz mehr. Wie willst du denn Angst haben, wenn alles leuchtet, lebendig vor Hoffnung ist, gesegnet und voller Liebe? Wo ist da Platz für Angst? Es gibt keine Angst, es gibt keinen Schmerz, es gibt keine Gefahr, wenn du die Welt aus dieser höheren Christi-Schau siehst. Es ist unmöglich. Und deshalb kannst du, wenn du so eine Schau hast, wenn du so ein Gewahrsein hast, überhaupt dich nicht in Gefahr fühlen und es ist natürlich für dich, wehrlos zu sein. Weil du weißt, das, was du in Wahrheit bist, ruht friedvoll in Gott, ist dieses Licht, das nicht antastbar ist. Diese vergebene Welt, die barmherzige und liebevolle und lebendige Welt voller Hoffnung, ist die, die uns durch Gottes Liebe offenbart wird. Und sie ist diametral entgegengesetzt zu dem, was diese körperliche, niedrige Ebene mit ihren Augen wahrnimmt. Und das eine, was die körperliche Erfahrungsebene uns gibt, ist ja nicht mal wahre Wahrnehmung. Es ist eine Illusion. Deshalb steht hier, nur eine kann überhaupt wahrgenommen werden, die andere ist ganz und gar bedeutungslos. Nur die wahre Wahrnehmung spiegelt das wieder, was wahr ist. Und was das Ego widerspiegelt, ist bedeutungslos. Das, wissen wir bereits, haben wir schon etabliert. Lektion 189 stellt uns die Frage, die wir uns wahrscheinlich schon seit einer ganzen Weile immer mal wieder stellen. Für was will ich stehen? Was möchte ich sehen? Was möchtest du sehen? Die Wahl ist dir gegeben. Der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss. Lerne jedoch dieses Gesetz des Sehens und lass nicht zu, dass dein Geist es vergesse. Du wirst auf das schauen, was du in deinem Inneren fühlst. Es gibt keine Ausnahme. Ich werde auf das schauen, was ich in meinem Inneren fühle. Wenn ich für mich verstehen will, wo mein Inneres gerade ist, wenn ich da gerade nicht so einen guten Zugang zu habe, brauche ich nur die Welt anzusehen, die sich mir zeigt. Und dann weiß ich, wo mein Inneres ist. Dann weiß ich, wie viel Angst in mir ist. Dann weiß ich, wie viel Hoffnung in mir ist. Dann weiß ich, wie viel Aggression in mir ist. Dann weiß ich, wie viel Liebe in mir ist. Ich brauche doch nur, mich im Alltag zu beobachten. Was begegnet mir und was spiegelt das wider? Weil alles im Außen ist das, was ich im Inneren fühle. Das ist ziemlich akkurat. Wir dürfen der Welt, die wir hier sehen, ziemlich dankbar sein, weil sie uns einen Hinweis darüber gibt, wo ich und du, wo wir innerlich stehen. Nicht dein Außen ist dafür verantwortlich, was du siehst. Du bist verantwortlich dafür, was du siehst. Ich bin verantwortlich dafür, was ich sehe. Jeder von uns ist verantwortlich dafür, was er sieht. Und deshalb können wir nie, oder es wäre weise, wahrscheinlich tun wir es immer wieder mal doch, mit unserem Finger auf jemand anderen zeigen und sagen, hey, du musst dich verändern, du bist schlecht, du hast einen Fehler gemacht und das hat sich zu verändern. Du bist das Problem. Wenn wir das hier lesen, du wirst auf das schauen, was du in deinem Inneren fühlst, kann nichts, was du im Außen siehst, von dir getrennt existieren. Das geht nicht. Es sagt immer was über dich mit aus. Auch wenn es nur über dich aussagt, hey, du hast drei Prozent zu dieser Situation beigetragen, dadurch, dass du lieblose Gedanken hattest, kümmere dich um diese lieblosen Gedanken, ist es das, was du zu tun hast. Den Hinweis zu nehmen, okay, ich hatte hier lieblose Gedanken, ich habe hier Illusionen aufrechterhalten, die diese Situation mit begünstigt haben, um die kümmere ich mich jetzt, weil wenn sie in mir nicht mehr sind, dann kann ich das im Außen nicht wiedergespiegelt bekommen. Es ist so einfach. Wenn Hass einen Platz in deinem Herzen findet, dann wirst du eine furchterregende Welt wahrnehmen. Wenn du die Liebe Gottes in dir fühlst, wirst du hinaus auf eine Welt der Barmherzigkeit und der Liebe schauen. Die Welt, die wir im Außen erblicken, ist nicht getrennt von uns, lesen wir hier ganz eindeutig. Wenn ich im Außen etwas erblicke, was mir nicht gefällt, dann hat es auch immer etwas mit mir zu tun. Was es mit mir zu tun hat, das darf ich für mich herausarbeiten, aber es hat auch etwas mit mir zu tun. Es muss nicht so sein, dass wenn ich im Außen Menschen sehe, die ausländerfeindlich sind, dass ich dann auch ausländerfeindlich bin, sondern ich muss mich hinterfragen, warum nehme ich so etwas noch wahr? Was zeigt mir das? Wohin führt mich mein Gedankengang, wenn ich diese Menschen sehe? Was für Knöpfe drückt das in mir? Und darum darf ich mich kümmern. Wenn es diese Knöpfe in mir nicht mehr gibt, können sie nicht gedrückt werden, lassen diese Bilder von mir ab. Heute haben wir wieder die Aufgabe, Gottes Liebe zu spüren. Wir wollen zurück zu Gottes Liebe kehren. Du weißt in der Zwischenzeit natürlich auch, wie das funktioniert. Genau, wir begeben uns in die Stille. Gott wird in der Stille erfahren. Heute lernen wir den Weg. Er ist so gewiss wie die Liebe selbst, zu welcher er uns trägt. Denn seine Einfachheit umgeht die Fallen, die die törichten Verrenkungen der Scheinargumentation der Welt doch nur verstecken sollen. All das, was wir hier in dieser Welt treiben, all diese Ablenkung, soll uns nur von dieser einen Sache ablenken, dem Licht, das wir in Wahrheit sind und dieses Licht, das uns wieder zurückführen kann zur Liebe Gottes. Tu einfach dies. Sei still und lege alle Gedanken darüber, was du bist und was Gott ist, weg, alle Konzepte über die Welt, die du gelernt hast, alle Bilder, die du von dir selber hast. Mach deinen Geist von allem leer, was er für wahr oder falsch, gut oder schlecht hält, von jedem Gedanken, den er als würdig beurteilt und allen Vorstellungen, deren er sich schämt. Halte an nichts fest. Dieser Absatz ist so genial. Der sagt uns konkret, was wir in einer Meditation zu tun haben. Stille und alle Konzepte ablegen. All das, was das Ego uns gibt. All diese Ideen von gut und schlecht, von böse, von falsch, von erstrebenswert, von wer ich bin und wer ich nicht bin. Alles Illusion. Alles nicht wahr. Und dann kehre ich wieder zu diesem Gedanken zurück. Ich darf niemand, nirgends, an keinem Ort, zu keiner Zeit sein. Das ist, was ich in Wahrheit bin. Das kommt meiner Natürlichkeit viel, viel näher, als zu sagen, ich bin Perry und ich coache Menschen. Das ist nicht, wer ich in Wahrheit bin. In Wahrheit bin ich dieses Licht, das grenzenlos ist, ohne Namen, ohne Ort, ohne Zeit. Das ist, was ich natürlicherweise bin. Kann ich das mal zulassen? Bringe nicht einen Gedanken mit, den die Vergangenheit gelehrt hat. Siehst du, die Vergangenheit, wie leicht sie uns wieder im Griff hat. Und es ist nicht egal, ob du deinen Tag damit verbringst, über die Vergangenheit nachzudenken. Überhaupt nicht. Du verschwendest kostbare Energie, du verschwendest deinen kostbaren Fokus, du verschwendest Zeit, die du dafür einsetzen könntest, dich mit Gott zu verbinden, mit der Wahrheit, mit dem, was dir eine vergebende Schau gibt und einen glücklichen Traum. Wenn du in der Vergangenheit rumstocherst, sagst du, ich will keinen glücklichen Traum, ich habe Bock auf diesen Angsttraum des Ego. Es ist nicht nicht dick, wenn du in der Vergangenheit rumstöberst und dein Geist 90% des Tages immer wieder dieselben Dinge denkt, über dieselben Leute, mit demselben Ausgang. Bringe nicht einen Gedanken mit, den die Vergangenheit gelehrt hat, noch eine Überzeugung, du dir jemals gelernt hast von irgendetwas. Alles ablegen, alles. Wir brauchen nichts, bis auf einen offenen Geist, der sich mit Gott verbinden möchte. Und jetzt kommt wieder ein Hammersatz aus dem Kurs, den ich wirklich feiere. Vergiss diese Welt, vergiss diesen Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Das ist so ein genialer Satz, weil manchmal, da haben wir auch die Herausforderung, dass wir diesen Kurs zu ernst nehmen. Wir machen eine Religion aus diesem Kurs, wir denken, dieser Kurs ist eine Doktrin und finden dann in anderen Menschen, die diesen Kurs vielleicht auch, machen Fehler und denken, ja, der macht den Kurs ja nicht ganz richtig, das ist ja nicht ganz kurskonform. Vergiss es, es geht doch gar nicht um den Kurs per se. Es geht darum, auf was uns dieser Kurs aufmerksam macht, was jenseits des Kurses ist. Weißt du noch, ganz am Anfang, der Kurs kann dir nur lehren, dass du die Blockaden, die du gegen die Liebe aufgebaut hast, wieder ablegst. Aber die Liebe per se kann der Kurs nicht lehren. Und das, die Liebe, das ist ja die Wahrheit, das ist ja unsere Essenz. Heißt nicht, dass du den Kurs jetzt für immer zur Seite schmeißen musst und sagen musst, sagst du, ich brauche den Kurs ja nicht, sagt der Kurs ja hier. Nein, nimm ihn nicht als das Alpha und Omega. Das Alpha und Omega ist die Liebe, die du in Wahrheit bist, ist die Erfahrung dieser Liebe. Nicht den Kurs zu lesen, der ebnet dir den Weg dorthin, aber das, was jenseits des Lehrens und des Lernens ist, ist, worum es geht. Worte sind nicht die Wahrheit. Sie können der Wahrheit sehr nahe kommen, okay, aber sie sind nicht die Wahrheit. Dein Teil ist einfach der, alle Hindernisse, die du zwischen den Sohn und Gott, den Vater gestellt hast, still für immer beseitigen zu lassen. Beseitigen zu lassen, nicht selbst zu beseitigen, ne? Du weißt, mithilfe einer höheren Ebene lassen wir die Illusion des Ego in Liebe übersetzen. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns helfe, genau das hier zu verrichten. Gott wird seinen Teil in freudiger und unverzüglicher Erwiderung tun. Bitte und empfange. Und jetzt kommt was sehr Wichtiges. Stell aber keine Forderung und weise auch nicht Gott den Weg, auf dem er dir erscheinen soll. Weißt du noch, wir haben diesen Teil des Übungsbuches Lektion 181 bis 200 damit begonnen, dass wir hier nochmal lernen, welche besonderen Blockaden wir vor unsere wahre Sicht getan haben, so dass wir überhaupt nicht wahrnehmen können, wie heilig das ist, wohin uns dieses Werk führen will. Und ich glaube, eine besondere Blockade ist tatsächlich dieses, ja, jetzt biete ich zu Gott, jetzt mache ich einen Kurs an Wundern, jetzt wähle ich Vergebung und ich frage mich, was die Liebe tun würde, also möchte ich, dass Gott morgen um 15.30 Uhr mir erscheint und sagt, Peri, du bist erleuchtet, herzlichen Glückwunsch, du kommst jetzt zurück in den Himmel, vielen Dank, Applaus, Applaus. So funktioniert es nicht. Wir können Gott nicht vorgeben, was er uns sagen soll, wann er es uns sagen soll und wie er uns zurück nach Hause lotst. Das bleibt ihm überlassen und das Schlüsselwort hier ist Hingabe. Ich finde das englische Wort wieder viel schöner, aber das bin ich, persönliche Präferenz. Surrender. Hingabe. Ich lasse alle Ideen los, wie etwas zu passieren hat. Das andere, was man auch noch sagen kann, ist, ich lasse los. Ich klammere nicht an meine kleinen Ideen, wie meine Erlösung zu passieren hat, was die Belohnung dafür ist. Das ist wieder ein Deal. Wer macht Handel? Das Ego. Das Ego, das kriecht immer überall rein, in jeden kleinen Spalt, den wir offen haben für einen kleinen Zweifel, da kriecht das Ego wieder rein und sagt so, aha, ja, jetzt mache ich doch diese tolle, liebevolle Arbeit, dann möchte ich auch dafür belohnt werden. Gott, ich hätte gerne ein Haus, ein Auto, den besten Partner, die beste Partnerin, was auch immer das Ego dann für ein Handeln mit Gott treiben will, der geht nicht. Ich glaube, jeder von uns war auch bei dieser besonderen Blockade schon einmal. Heute in der Lektion haben wir vor allem wieder diese Erinnerung, wen wollen wir wählen? Wollen wir den Hass wählen oder die Liebe Gottes? Also, was wählst du heute? Ich glaube, diese Frage haben wir uns auf dieser Reise durch das Übungsbuch hier gemeinsam schon einige Male gestellt und es kann nicht schaden, dass wir sie uns heute wieder ganz aktiv stellen. Für was will ich stehen? Für die Liebe Gottes oder wollen wir lieber den Hass des Ego wählen? Und wenn ich die Liebe Gottes wähle, dann geschieht sein Wille, der ja auch unser ist, in uns und in der Welt, weil wir, dadurch, dass er in uns passiert, seinen Segen mit der Welt teilen, seine Wahrheit mit der Welt teilen. Wir können gar nicht anders. So wird die Welt Teil des Himmels und dann genau leben wir ein Himmel auf Erden. Ich wünsche dir einen himmlischen Tag. Wir sprechen uns morgen wieder. Deine Perry und dann Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.